Halli Hallöche meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Heidi 2, wo wir immer noch auf der Suche sind nach erstem besagtem Raum Uch, Entschuldigung, ich bin etwas laut, mit der gelben Karte. Da ist ein Raum, so ein Büro ähnliches und in dem Raum ist wahrscheinlich, da geht es nicht weiter, da wird irgendwas drin sein. So, den finde ich aber nicht. Ich weiß nicht mehr wie der hieß. Hieß der Chief, kann das sein? Da kommen wir aber nur über 8 rein, Level 1. Oder geht das hoch Level 1? Wo sind wir denn jetzt? Was ist das denn hier? Was ist denn überhaupt wo? Wo ist denn was? Hier ist doch nichts, Turbinen hat es da. Maintenance, hinter uns ist Maintenance. Lobby, Storage, Secretary, Maintenance, 1. Das ergibt verdammt nochmal überhaupt keinen Sinn. Stairs Level 3, Moment. Ah ja, ok. Wo ist hier die 1? Da. Und da geht es hoch in Level 3. Level 3. Das heißt, hier vielleicht, Level 3 ist doch schon mal gut. Wir sind jetzt in Technical Level 2. So, und wir wollen nach Level 3. Aber ist 3 unten? Ich dachte 3 wäre oben. Level 3. Ist hier hell? Achso, hier ist rotes Licht. Hier hatten wir den Schalter. Warum ruckelt das hier? Elevator Control. Anchor Control. Elevator Control. Hier kann man wohl auch irgendwie, hier, hier gibt es einen Schalter. Den kann man dann aktivieren. Aber erst muss irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas muss erst an sein. Und dann kann man die Fahrstühle nutzen, denn man kommt irgendwie nur über die Fahrstühle irgendwo hin. Ah, es ist so. Oh, das ist noch zu. Ja, toll. Grün. Naja, egal. Aber ich glaube, hier sind wir schon richtiger. Ah, sieh mal eine an. Da haben wir zumindest schon mal den Enkel gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein. Okay. Keine Ahnung, ob wir hier schon was machen können. Warum liegt der hier? Warum liegen die alle hier? Der Raum war doch versiegelt. Hä, waren wir hier schon? Kann doch gar nicht sein. Das hier ist Anchor Control. Anchor State. Aha. Anchor Offline. Anchor Restart Prozedur. Can't restart. Kann ich hier hoch? Auxiliary Core Offline. Aha. Und wie komme ich an diesen Auxiliary Core ran? Aha. Anchor Emergency Restart Instruction. Determinates all Technik-Insections for the Anchor Emergency Restart in case of an accident. Check the Auxiliary Core for damage. Ja. Insert 2 Batteries to the Auxiliary Core Controller. Power the relay. Verify the power input of Anchor either supply. Activate the restart procedure from the control room. Ja. Control room, okay. Wo ist der Auxi-Auxi-Liery? Auxiliary. Bäh. Bäh. Was? Bäh. Was bist du? Diesen Helm hier, den kennt man auch von irgendwoher. Ist auch von irgendeinem Film. Ich bin so ungebildet. Ich kenne die ganzen Filme nicht. Nein, ich spiele nur lieber anstatt Filme zu gucken. Denn beim Spielen lernt man auch noch was. Zum Beispiel, was man alles braucht, um einen Anchor wieder zu starten. Der scheint wohl das hier zu sein. Dieses Gebilde hier alles. Schön. Wo sind wir jetzt? Kein Strom. Moment mal. Hm. Hui. Ohohohohoho. Ohioioi. Hätte der uns hier erwischt, ne? Hier steht nichts drüber. Ein Sticker. Okay, also wir sind jetzt schon mal auf dem richtigen Was ist denn hier los? Hier ist alles runtergekracht. Was ist denn hier passiert? Da liegt eine Mine. Eine scharfe Mine. Eine scharfe Mine zum guten Spiel. Wääh. Hallo. Alter, wie nah denn noch? Nehme ich gerade mal mit, wa? Liegt da noch eine? Nein, da ist ein Knopf. Was ist das? Ist das eine Lampe oder ist das ein Knopf? Was ist das denn hier? Ach, ein Koffer ist das hier. Ja, schön. Na gut. Gelbe Munition. Sehr gut. Dankeschön, dankeschön. Lieber Koffer. Ach. Ach, sag bloß. Naja, gut. Hier können wir... Hä? Aber hier... Huch, schöne... Schöne Aussicht hier. Da unten. Das Rohr... Ja. Das hört da einfach irgendwie auf. Hier. Das ist, ähm... Höchst seltsam. Hier kann man auch nicht hoch, ne? Ne. Ah, Hilfe. So, hier geht's... Oh. Hier geht's durch. Was ist das? Ist das eine Mine? Das ist wieder eine Mine, ne? Ja, natürlich. Natürlich liegt da wieder eine Mine, verdammt. Alter. Lüfter. Toter Kerl. Ah, hallo? Okay. Das habe ich zum Beispiel nicht gesehen in dem Speedrun. Hier geht's auch noch weiter. Hör doch mal auf. Okay, wo geht's da hinten weiter? Oh, ich komme nicht durch. Ah, sieh mal einer an. Hier kommen diese Dinger rein. Das sind die zwei Batteries. Und dann können wir den hier anmachen. Das ist Auxality Control hier, oder wie? Die Frage ist so, wie kommen wir hier dann wieder... Ach du Scheiße. Wie kommen wir dann hier wieder her? Achso. Das geht einmal im Kreis rum. Okay, das ist sehr gut. Also wir müssen diesen Raum hier wieder füllen. So, das war hier unten. So, weißt du was, Kollege? Okay, ich mache jetzt hier mein Handy an. Und mache mir jetzt Fotos davon. Das ist mir jetzt schon zu blöd hier. Das ist alles hier zehntausendfach wieder... ...nicht wieder zu finden. Ach, es steht sogar drüber. Auxiliary Core. So, pass mal auf. Einmal ein Foto. Klick. So. Na, ich mache mal noch ein paar mehr Fotos. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir. Das kriegen wir hin. Hier kommen wir ohne Strom auch nicht durch. Anchor. Geht das hier noch? Hier geht's raus. Dann geht's hier rein. Da sind ja die Anweisungen. For damage. Insert two batteries. Und dann power the relay. Also vielleicht verify power input anchor. Either. Und dann hier activate the restart procedure. Das machen wir dann von hier aus. Also zuerst Auxiliary. Zwei Batterien rein. Und dann... Anker. 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 Level 3. Technical. Gut, wenn wir hier sind, dann kriegen wir das auch hin. Wenn der Raum ja eh hier drin ist. So, ich mache nochmal ein Foto. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Batterien und müssen wieder hierher kommen. Aber nicht diese. Sondern diese zum in die Türen reinstecken. Stairs. Hier kommen wir Level 3. Ich mache mal ein Föderli. Föderli. Level 3. So, hier. Kommen wir bisher ohne... Kommen wir hier bisher ohne Batterien rein? Level 3. Ach ja, ich habe ja... Hier ist offen. Das ist schon wieder falsch. Anker. Okay, hier ist auch offen. Also das hat mit Batterien nichts zu tun. Wie sieht es hier aus? Das ist der Ding Control. Da müssen wir dann auch hin. Das kann man dann wohl auch wieder anschalten. So, hier. Also wir müssen... Weh. Wir müssen hier wieder... Wir dürfen hier durch kein... Durch kein Ding durch. Durch kein Ding der Unmöglichkeit. Durch keine... Durch kein Gitter mit... Das ist Level 2. Hab ich Level 2 fotografiert? Wir haben doch hier jetzt bestimmt wieder Gegner, oder? Hier ist noch zu. Stairs Level 3 sind wir gewesen, ne? Level 3. Und da geht es zum Anker. Okay. So, Ese. Muss ich mal kurz aufs Handy schauen. Was habe ich fotografiert? Level 3. Anker. Axality Core. Also Level 3. Und für Level 3. Und für Level 3. Warnung. Coms offline. Distress Signal Status. Lalalala. Lalalala. Müssen wir... Für... Für... Hä? Stairs Level 2. Dann runter. Ah, und dann steht Level 3. Ah, ja. Okay. Also wir brauchen Stairs Level 3. Sehe ich nicht. Moment. So. Weh. Stairs Level 3. Und jetzt können wir hier nach so einem Ding suchen. Wie kommen wir da hin? Hier über Level 2 durch dieses komische. Ach. Ja. Level 2. Wir sollten vielleicht mal hier auf Level 2 uns umsehen. Ich mache auch hier mal ein Foto von. So. Jetzt haben wir zumindest mal so ein... So eine Art... Wegplan. Stairs Level 3. So. Können wir hier... Hier gibt es glaube ich gar nichts, oder? Ja. Hier gibt es überhaupt nichts. Also wir müssen tatsächlich von Level 1... Nach Level 2... Also wir müssen hier in Level 1... Müssen wir... Knöpfe mitnehmen. Äh, Batterien mitnehmen. Knopf Batterien. Oh. Schade, dass das hier nicht aufgeht. Warnung. Emergency Power Supply at 5%. Shutdown. Ist schon ganz schön lang auf 5%. Hier gibt es nichts. Hier gab es einen, ne? Ja. Dann ist nur die Frage, wie kommen wir wieder hier rein? Nach Warehouse. Hä? Bestimmt irgendwo durchkriechen. Ist ja meistens so. Warehouse. So, wenn wir hier zumachen, kommen wir über... Pipe Control meistens wieder da irgendwo rein. Dann haben wir schon mal einen. Versuchen wir mal. So. Das hier ist Pipe Control. Und hier haben wir nochmal einen. Das heißt, wenn wir jetzt den aber... Weg-Snacken. Pressure. Stairs. Was war hier? Workshop. Stairs. Kommen wir da noch woanders? Wir müssen hier irgendwie noch woanders reinkommen. Ja, wir müssen... Wir kommen nicht von dieser dunklen Seite hier irgendwo rein. Da bin ich mir jetzt gerade sicher. Das heißt, wenn wir den hier weg-Snacken... Dann müssen wir von irgendwo außerhalb... Dann müssen wir von irgendwo außerhalb... Pipe Control. Okay. Von irgendwo außerhalb... Ich weiß auch von wo. Ich weiß auch von wo. Vom grünen Bereich. Wir müssen in den grünen Bereich zurück. Da treffen wir jetzt bestimmt auf Feinde. Wir müssen zurück... Nach Medical. Wie kommen... Ach, wie kommen wir jetzt zurück nach Medical? Da fragst du mich was? Ach, hey. Aggression Level 2. Warning, anger offline. Emergency power supply engaged. Hm. Diagnostics. Kommen wir hier. Utility, Administrative, Medical. Da unten steht es. Da unten geht es nach Medical. Aber wo sind wir jetzt? Diagnostics. Wir stehen vor Diagnostics. Hä? Sind wir hier drin? Engineering, Brief. Chief. Brief, Chief. Hä? Ich kapiere den Plan gerade nicht. Aggression, Warehouse, Office, Workshop, Diagnostics. Hier ist Diagnostics. Ist eins. Hat eine Tür. Stehen wir dann jetzt hier? Oder stehen wir jetzt hier? Wir stehen hier. Dann geht es hier nach Medical. Da stand zweimal eins. Ja, da geht es nach Medical. So, und das, meine Freunde, machen wir dann morgen. Wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Heidi 2. Bis dahin, macht es mir gut. Tschüss.